Laut geht es her und bunt, wenn Feste gefeiert werden in Deutschland. Jede Stadt kommt einmal dran. Diese Woche ist es Bad Wimphen. Es wird tausend Jahre alt. Genauer gesagt der Markt von Wimphen im Tal. Von 965 datiert die erste Urkunde der Stadt. Grund genug zum Feiern. Bad Wimphen reiht sich festlich ein in die Methusaleme deutscher Städte. Wimphen ist alt und schön. Seine Geschichte beginnt in grauer Vorzeit. Bei Kelten, Römern, Alemannen. Unter Kaiser Hadrian gab es ein römisches Truppenlager in Wimphen. Wenig später war es Vikus, römische Stadt. Aber erst die Staufenkaiser machten Wimphen berühmt. Sie wählten den strategisch wichtigen Ort zu ihrer Pfalz. Die Bergstadt wurde befestigt. Kühne Mauern und Türme schützten die kaiserliche Hofhaltung. Die Mauern trotzten der Zeit. Noch heute prunkt Wimphen mit einem imposanten, steinernen Schutzwall. Einzigartiges Dokument staufischer Festungsbaukunst. Bürgerspielen Kaiser, Tagesgage 20 Mark. Otto der Große bestätigte 965 mit kaiserlichem Siegel Wimpfens Marktrecht. Und erwähnte eine Kirche in Wimphen im Tal. Sie hat sich bis heute erhalten. Vielleicht stammen die romanischen Westteile von Sankt Peter und Paul aus der Zeit Ottos des Großen. Kunsthistoriker datieren sie später um 1000. Kaiser Barbarossa weilte 1182 in Wimphen. Dies sei ein historisches Porträt. Heinrich VI. kam sogar zweimal nach Wimphen. Doch bedeutend wurde die Kaiserstadt erst unter Friedrich II. Er gilt als Erbauer der romanischen Pfalz. Nur Teile stehen noch. Arkaden lombardischer Prägung grüßen zum Neckar hin. Zwerggalerie mit doppelter Säulenstellung. Der einzig verbliebene Schmuck aus Wimpfens Kaiserzeit. Große Teile der Stauferpfalz wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg abgerissen. In Wimphen bedauert man das. Denn hier spielte ein Stück tragischer deutscher Geschichte. Heinrich VII. von seinem Vater Friedrich II. zum König über Deutschland gesetzt, weilte gern in Wimphen. Hier erhob er sich gegen den Kaiser. Friedrich II. eilte 1235 nach Wimphen, um seinen Sohn zurechtzuweisen. Heinrich VII. unterwarf sich. Im Gefolge seines Vaters ging er als Gefangener nach Italien, wo er 1242 starb. Mit Heinrich VII. endete Wimpfens politische Bedeutung. Und wo einst Kaiser und Könige wohnten, hausen heute lustige Scholaren. Aus dem Kaiserhof wurde eine Jugendherberge, eine der romantischsten, die Deutschland besitzt. Nach den Kaisern waren Wormser Mönche und Bischöfe wieder uneingeschränkte Herren in Wimphen. Bis die Zünfte kamen und das bürgerliche Machtbewusstsein. Wimphen trotzte Reich und Bischöfen recht um recht ab. Mitte des 14. Jahrhunderts war es freie Reichsstadt. Die Geschäfte des ansässigen Handwerks blühten. Goldscheffeln genoss das bürgerliche Wimphen seine guten Tage, legte Teile des Vermögens in stolzen Bauten an. Bildhauer vom Rang eines Anton Pilgram und Hans Backoffen waren für Wimphen tätig, beide an der Stadtkirche. Hans Backoffen schlug diese Kreuzigungsgruppe aus Stein. Das ergreifende gotische Werk wurde erst spät Hans Backoffen zugeschrieben. Was bis dahin noch nicht verfallen war, wurde geschützt. In der Reformation wurde Wimphen lutherisch. Der Heilbronner Pfarrer Erhard Schnepf war Wimpfens Reformator. Dann kam der Dreißigjährige Krieg. Kanonen im Kornhaus, heute Museum, erinnern daran und Stiche. 1622 standen sich vor Wimphen die kaiserlichen Truppen unter Tilly und das Heer des Markgrafen Georg Friedrich von Baden gegenüber. Ein blutiges Treffen begann. Aus dem Kampf ging Tilly hier hoch zu Ross als Sieger hervor. Hunderte badischer Soldaten blieben auf dem Schlachtfeld. Monumente erinnern daran. Mit Wimpfens Größe und Wohlstand war es jetzt endgültig vorbei. Die Stadt war entvölkert, der Stadtsäcke leer, die auswärtigen Besitzungen gingen verloren. Fortan führten die großen Wege der Geschichte an Wimphen vorbei. Zurück blieb eine schöne mittelalterliche Kulisse und die Erinnerung an bessere Tage. Bis der Fremdenverkehr das mittlerweile zum Bad geadelte Wimphen entdeckte und wieder Geld in leere Kassen floss. Als glückliche Stadt feiert Wimphen nun stolz seinen Sieg über das Unglück der Vergangenheit.